Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Niemann. Ich bin der Leiter von der Trainings- und Serviceabteilung bei Laserskin Europe. Ich möchte euch hier etwas über die Zusammenarbeit zwischen ASAP und Laserskin Europe, gerade speziell im Vertrieb und in der Schulung von Artec und dem ASAP Blutspray zeigen. Jeder kennt das Problem von Bauteilen wie dieses. Sie scheinen, sie sind in Gebäuden, wo man halt nichts kontaminieren darf. Wie können wir das lösen? Wir sind zu dem Produkt ASAP Blue gekommen. Hier haben wir einfach das Vorteil, dass es ein flüchtiges Produkt ist. Das heißt, wir können es auftragen in jeglicher Umgebung. Wir haben keine Pigmente, die jetzt im Raum frei verteilt werden. Ich möchte das einmal noch mal verdeutlichen. Wir haben hier den Artec Spider. Wie man erkennen kann, sehen wir auf dem Bereich, dass einfach das Objekt nicht dargestellt werden kann. Durch ASAP haben wir die Möglichkeit, unser Produkt sichtbar zu machen. Wir nehmen es. Wir können es wirklich im Raum anwenden und haben jetzt die Möglichkeit, wirklich sofort das Bauteil zu scannen. Dadurch, dass keine weiteren Stoffe in den Sprays enthalten sind, fällt auch die Reinigung im Nachgang weg. Das ist der ganz große Vorteil. Das ist der ganz große Vorteil. Das möchte sie nicht beide Anunnenpaare machen, aber auch so.